Hier am Standort Suhl entwickeln und fertigen wir Hightech-Direktantriebe und Direktantriebssysteme für unsere Kunden. Zum Beispiel für die Medizintechnik, für die Automatisierungstechnik und für den Maschinenbau. Die Innovation für unsere Kunden setzen wir mit Begeisterung für Technik jeden Tag um. Hier bei uns ist jeder Teil des Motors, der das Unternehmen voranbringt. Als ich am ersten Tag hierher gekommen bin, war ich noch sehr unerfahren, habe aber mich sofort aufgehoben gefühlt und ich habe von den Experten gelernt. Ich wurde direkt am Anfang als vollwertiges Teammitglied anerkannt und das war echt super. Seit 22 Jahren bin ich jetzt hier in der Motorfertigung. Jetzt versucht man natürlich auch den jungen Leuten etwas mitzugeben. Die sind auch sehr neugierig, sehr wissbegierig. Vertrauen ist die Basis für unseren Erfolg, hier im Team wie auch bei unserem Kunden, jeden Tag. Man kann eigene Ideen einbringen, neue Produkte mitentwickeln. Das interessiert mich an dem Job. Beim Drehen, da hat man riesengroße Teile. Das fasziniert mich. Ja, die Karriere geht hier in der Firma Schaeffler. Ich habe auch diesbezüglich schon mit meinem Vorgesetzten gesprochen. Er würde mich da auch unterstützen. Das tun wir in allen Unternehmensbereichen mit generationenübergreifenden Experten-Teams. Ein Weltkonzern wie Schaeffler bedeutet für mich Familie, Technik und Innovation. Mich fasziniert, dass wir am Klein-Standort-Sul gemeinsam Innovationen anstoßen und mitgestalten können. Weltweit. Mich im Vertrieb begeistert jeden Tag die persönliche Nähe zu unseren Kunden. Das Know-how, das wir hier am Standort haben, hat uns in der Vergangenheit immer befähigt, alle Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn wir ein Problem nicht lösen können, dann kann das auch sonst niemand. Sehr schön. Sehr, sehr schön.